So, los geht's mit dem ersten Lernvideo, fliege mit mir in die Heimat. Da hinten ist mein Hausberg, der Hochkönig, im schönen Salzburger Land. In der Komplettversion, hab's ich sicher schon gehört, da fang ich mit dem Bass an, da mach mir so den Flieger nach. Dann gehen wir so. Verkehrter. Genau, das war jetzt die Einleitung, ich mag es noch einmal. Grundstellung, kleiner Kreuzgriff. Den merken wir jetzt. Verkehrter. Und wechseln zum Gabel. Dann geht's los. Fliege mit mir. Ganzgriff. Zug, Grundstellung sind wir. Drucken. Das ist ein ganzer weiter. Drucken. Dann hab ich gespielt. Das war der. Dreistimmig. Dann hab ich den Daumen hinten eingesteckt. Zug. Zug. Drücken. Zug. Drücken. Das war jetzt die Einleitung. Und fliege mit mir in die Heimat. Dann freu mich schon auf das nächste Lernvideo. Danke.